Er ist ein Magier auf der Gitarre, John McLaughlin, und wie so viele Jatser unserer Tage hat auch er seine Karriere bei Miles Davis begonnen. Das alles ist lange her und nach vielen Jahren des freien Spiels mit elektronischer Härte präsentiert sich McLaughlin heute zeitgemäß mit eher leiseren Tönen. Trilogru Perkussion und Kai Eckert Carpe am Bass hatte das Trio von John McLaughlin auf den fünften Theaterhaus Jazz Tagen einen fulminanten Auftritt. Musik 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 Thank you very much. Thank you, Tim. At the percussion, Trilog R2. At the bass guitar, Kaya Eckhart. We just played, you were worried about this, named after the lovely town in Brazil. We're gonna continue now with another chord. Are you the one? 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 Yeah. 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 Are you the one? Yeah. 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 Musik 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 Das war's. Da, 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 da. ARD Text im Auftrag von Funk Oh, 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 oh. You know what to do. 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 What to do. You know 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 what to do. And what to do. You know what to do. And what to do. You know what to do. You know what to do. And what to do. You know what to do. And what to do. And what to do. And what to do. And what to do. You know what to do. You know what to do. And 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 what to do.